Ich bin doch gleich fertig. Ich kann doch nicht immer warten hier. Hat doch einen kleinen Moment. Nee, da habe ich keine Zeit zu. Fertig, du Spasti. Der haut echt ab, oder was? Ja, sicher, weil es mir dann so zu lange dauert. In der Zeit könnte ich viele andere machen. Ich habe gesagt, einen kleinen Moment. Oder fehlt da irgendwo noch eine Verbindung, und das ist ja auch komplett... Nein, ich baue den da mal ab. Bauchst du den ab? Weil ich den in zwei aufteile. Wenn ich den großen jetzt laufen lasse, weißt du, wie viel Strom der frisst? Wir brauchen doch gar nicht so ein großes Ding. Warte doch. Aber du und das ME-System hier so sind. Ja, du hast Magnet immer noch an. Ich habe Magnet nicht an. Also ja, dann wird das Zeug ja nicht um dich herumfliegen. Das fliegt nicht um mich rum, das fliegt da. Nein, das fliegt die ganze Zeit bei dir rum. Nein, ich habe kein Magnet mehr an. Bei der Aufnahme siehst du das? Ja, freu dich. Das sah bei dir nämlich dann auch genauso aus. Aha. Hier. Was ist denn der ME-Controller mit der meiner Hand? Ja, ich weiß. Die haben noch 100%? Oder ein... Nee, ich hatte eine eben in der Hand. Mit einmal. Warum auch immer. Jetzt leuchtet der komplett. Ja, sicher. Und gleich nicht mehr. Oder? Nee, doch, Wayne. Ich bin noch weg. Du eigentlich. Jetzt leuchtet das. Ja, ich bin noch ein. Exakt, exakt. nein nicht kacke ganz ehrlich scheiß dinge scheiß dinge scheiß dinge ach ja so sollten wir jetzt eigentlich das system starten können ja leuchtet sollte leuchten die sind nicht verbunden hatte eigentlich disketten unten wahrscheinlich ne also so ein disk drive habe ich in der hand bist du da ich gerade jetzt erst meine hand in der tausende wieder besetzt ne zwei drei vier sechs acht neun zehn stück okay 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 so we're at a cable that's okay cabelt kabletz 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 haben da immer noch die reichen die klein was wir bei uns spielen müssen eh noch ein paar später paar device bauen oder wir kriegen wieder welche geschenkt kriegen wahrscheinlich wieder welche so weh immer ja ja immer so ist ein tolles noch irgendwie krieg ich hier kein signal ist online ach das ist kräftig wo das mieter das kräftige im genaue egal ist müssen das online leuchtet aber nicht als ein basic pack ist drin ein halbes herz ist drin sky chest torches und 4k komponenten deutsch irgendwoher aber irgendwie leuchtet das nicht auf das ist ein bisschen komisch das macht mir ein bisschen angst genauso komisch wieder drei herzen darfst einmal mehr sterben ja du bleibst im moment ja bleib moment da ich habe die ganzen kisten die kaputt so wie großmagnetern und kisten geht kaputt oder ist lange ich weiß noch nicht wie viel in seinem system aber was wenn wir das jetzt voll mühlen das kann das kann gleich raus hier die ganzen brennend somit wird das doch sich darum hier zugemacht gehabt aber ein gewisser herr vielleicht hat sie darauf ja genau ich habe es jetzt auf einmal aufgemacht eine andere stelle den jaja sicher sucht ihr nötig ausreden mein freund sollte nur die ausreisen und das kann man nicht abbauen aber da kannst du nur mit das hätte ich nicht machen sollen mit der axt die axt hat mir eben alles weggerissen ok ja die hat mir so drei kisten kaputtgemacht ja die hat mir so drei kisten kaputtgemacht ja das ist ja das ist ja nur blödsinn echt oh getting what ehrlich ja eben schon gemacht oder nicht brauchen wir die spawner hier unten eigentlich keine ahnung wenn welche also bis dahin hätten wir keine ahnung kann man vielleicht verhalten oder so was da drinnen was ist da drinnen mich stört es nicht ja das geht fick dich ich habe wieder den bleibniss effekt fenix oh tot nein wenn du nein sagst ne am abend meiner kirche ach komm 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 ruhig ich kenn dich ich kenn dich ja wenn du die so scheißgelaberst und passiert es aber ja genau jetzt wieder flashwild schuld ja klar wie immer wo sind meine waffen denn so schwach jetzt schon wieder ja ja und tot das creeper woher waren sie scheiß zombies jetzt sind sie warte warte mit dem teleportieren oder hinkommen ich brauch mich doch nicht teleportieren ja warte doch wenigstens mit dem hinkommen die items haben nicht alle drinnen ja ne meine nicht falsche richtung jetzt kannst du hinkommen jetzt ist es jetzt haben wir ein funktionierendes im e erstmal ok erstmal ja hilurian blöcke oh endreinfusion ob sie denn ne ach ja pulweiser hat natürlich wieder keins darum das ist natürlich gut so gucken wir für die jetzt ein bisschen am start kriegen wir noch ein tether ok obsidien brauchen wir eigentlich doch nicht mehr ich fahre das portal hier so ein bisschen auseinander funktioniert trotzdem noch das bein nicht mehr das bein nicht mehr so eine slime hatcht die kann weg ich auch nicht so denn so denn me 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 futter warte wir hatten noch tnt wie kann man tnt strom erzeugen die vier acht neun zehn da habe ich die eine zu reparieren wer mit dem status quatsen ok der redium brauchen wir nicht für irgendeine quest naja aber kann man immer mitnehmen also haben wir in der redium und auch irgendwo in der nähe unten bei dem spectacle raum nicht sterben wollen diese plattform mit dem portal in der mitte habe ich gerade so ein bisschen auseinander weil wir dieses ender infusion ganz gut gebrauchen können und ich glaube ich kann ob sie den haben hau ich das auseinander was so standardmäßig bei uns ist alles auseinanderbau ich enthalte mich teilweise kriegt überall platz hin da muss nur gut stapeln können nein meine hammer ist weg mein hammer was wirklich das entner das sie diesmal gibt da der menschen ist gut macht wenig spaß kisten chaos ist komplett weg oder fast müssen wir heute aber erst mal das ausleuchtende runtergehen ich glaube nämlich auch dass wir auch so da wieder hin müssen dann noch haben keine endermann eingeschaut schön jetzt habe ich nach unten geguckt ich habe nur guck auf die viecher und das ende werden wir auch noch gebraucht wahrscheinlich für irgendwas stimmt später irgendwann wahrscheinlich wieder zum ende hin der bei dem einen brauchen was für die zum beispiel für die bienen braucht man das damals das war kartoffeln anbauen ich hatte hier echt zwei reaktoren in gebaut ja einer für die zeltzimmer aufladen sowieso nicht weiß nicht wie lange das erzählt ja gar nicht mehr so aus ob das an wäre ja das ist das ich weiß auch nicht warum deswegen habe ich mich auch gewundert aber steht online dran und funktioniert aber bis jetzt ist minecraft nicht mehr abgestützt wahrscheinlich echt danach nicht die fein ich würde mir jetzt noch so ein terminal schnappen crafting terminal brauchst du wahrscheinlich gerade du kriegst auch einen jetzt auf die andere seite obwohl nur hatte man im dummer die hier ich gehe woanders hin ich gehe woanders hin ja sicher ich gehe hier hinten hin so die habe ich komm ja ja die brauchen wir auch noch stimmt wir müssen noch ein kaktus ding machen okay kaktus 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 kastamo jetzt fehlt die bambu äh ah näher ist der sugar fehlen noch welche wie heißt denn dieser verzauberungstable wo man betchn- anchantment table hä? anchantment table wo man normal verzaubert ne wo man ne wo man auch mit aussuchen konnte ob der hier drauf ist keine ahnung enchantment plus auto enchantment haben wir auch enchantment da haben wir das ding doch nicht wundern wenn es jetzt knallt ich weiß nicht ob hier irgendwas explodiert enchantment nicht wundern das knallt jetzt alle 40 sekunden ok ist tnt generator ja vielleicht wir haben soundmuffler irgendwo liegen jetzt weißt du wir haben keinen strom weckern wir rum wir haben keine ms jetzt mach ich strom jetzt wird auch umgemeckert macht doch die scheiß alleine ja aber das nervt ja da kann ich da nix für den bau den soundmuffler wie stört das nicht wir haben hier hätten auch irgendwo ein eine ahnung die ist doch eh gleich zu ende wo sind die musste da noch ein in die dimension doch eine absicht man ist mir grad egal wir haben da irgendwie nämlich ganz los sind was eigentlich immer geschisselt oder so das sind die vanillameinig ne vanillameinig nein verdammt ich hab die sortiert kacke ja geschisselt schon ich bin am mann da war letztens was meine ich bin mir gerade echt auf deswegen was ich hör nix ah du mich auch bin nur rum gemeckert dann kann man dem das nicht recht machen er hat doch schon aufgehört wieder oh da kommt wieder was wir raten ist alles voll deswegen knallt das nicht so häufig da kommt wieder einer da kommt wieder einer er ist doch wieder mensch da knallt er gleich nochmal du müsst gleich nochmal knallen ach da geht er da ist er doch schon wieder er rastet aber aus hier das wird noch ein bisschen lange dauern man braucht schon mal ein zaubermaff was steht der denn unten ja sicher wo da hinten in der necke oh das ganze knallt so ein knaller so besser ach mann ich musste wieder heimlich weg bauen zaubermaffler ist auch nicht teuer das ist voll geil das ist voll geil das ist voll geil das ist voll geil ich muss wieder heimlich weg